Lufthansa-Kunden müssen sich auch morgen auf Flugausfälle einstellen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit weitet ihre Streiks auf Kurz- und Mittelstreckenverbindungen aus. Davon ist dann auch der Flughafen in Stuttgart betroffen. Laut der Vereinigung sollen auch alle Flüge bei der Lufthansa-Tochter Germanwings bestreikt werden, die zum Ziel haben, Lufthansa-Flüge zu ersetzen. Der Grund? Cockpit wirft Lufthansa vor, Arbeitsplätze in in- und ausländische Unternehmen ohne Tarifbindung auszulagern. Strittige Tarifthemen mit der Fluggesellschaft seien auch die Gehälter und die einseitig von Lufthansa gekündigten Übergangs- und Betriebsrenten. Die Fluggesellschaft will jetzt gerichtlich gegen die Streiks vorgehen und diese mit einer einstweiligen Verfügung stoppen lassen. Ein Recht auf Entschädigung hat ein Fluggast nur dann, wenn er belegen kann, dass die Fluggesellschaft nicht genug getan hat, um die Folgen des Streiks für den Kunden abzumildern.